Prozent 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 so lieber West Freude willkommen zu einer neuen Leuten Mordvorstellungen auf die Kanale lässt Profis heute mit weiß ich nicht was für ein Akzent macht Spaß ach Gott ich bin verpeilt es hat sich um den Lamborghini er 6 Punkt 125 Mord Ruhl-Stick 424.000 Euro mit 124 PS schnieke schnieke die Klinik denn in der Wies und Wieschen an den Hügel es gibt Kuhn ist trotzdem an Texturen ich an sich wirklich okay um das einzig was ein bisschen stört ich finde ich sind die Spiel entweder man animiert sie da man lässt sein Füttern ist ein Bild ein ist meine Meinung dazu mir nicht mir gefällt das nicht so aber gut ist Geschmackssache aber ansonsten ganz fein sonst kann man von außen auch nichts machen auf der Leertasten Toste haben wir eine Handbremse jetzt können wir mal Gas geben der Trucker fertig und geht zum Kickstart ohja ich finde den Sound von dem Ding nicht geil ja von in äh ist hier wirklich nichts tolles wir haben Blinker Unleuchte wir haben keine IC-Steuerung um alles sonst gibt es ganz viel zu sagen die sind ganz schöner Lamborghini ich muss nicht haben aber gut er wird euch um diese Wortvorstellung von der Dr. Dornow oder abonniert den Kanal ihr das auch mal wollt und dann würde bis zum nächsten Mal und ich sag tschau tschau